Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia mit Hütten. Ja, in der letzten Folge sind wir noch ein bisschen durch die Stromteilwiesen rumgeeiert, haben noch andere Nebenquests versucht in Angriff zu nehmen und wollten beinahe ein Buch von Rowan kaufen, was er in seiner Jugend geschrieben hat. Und wir wollen von irgendeiner Katze irgendwie platt gemacht, die Level 58 war. Und wir haben Schatzhorte als Titel bekommen, geil. Und hier ist ein Loch, da möchte ich rein. Ja, so ein genaues Ziel haben wir gerade nicht. Wir laufen eigentlich nur jetzt hier los durch die Gegend, suchen Materialien und was weiß ich. Die Gegner hier sind noch alle viel zu stark, die könnten aber theoretisch platt machen, aber wenn ich jetzt hier schon, keine Ahnung, 4, 5 Kämpfe mache, dann bin ich ja in dem nächsten Gebiet schon, wo ich eigentlich hin sollte, überlevelt. Da muss ich wahrscheinlich wirklich den Schwierigkeitsgrad hochstellen und ich kenne die Schwierigkeitssprünge. Oh, da ist was Schönes. Ich kenne die Schwierigkeitssprünge. Ich stelle nur einmal den Schwierigkeitsgrad eine Stufe höher und schon werde ich von allen Seiten vergewaltigt. Okay. Da hinten habe ich was Schönes gesehen. Hey, kann das sein, dass wir hier in Nierkehra? Aha, das heißt also, wir müssen doch nicht hier irgendwann zwangsläubig durch, oder? Egal, hier ist eine Eifried-Schatzruhe. Schwarze Hunde-Schnauze. Wenn du sie verkleinert, gleich sie eine Katzen-Schnauze auch. Wenn du schnurrst, vielleicht nicht lange, lang genug. Ja, was denn lange genug? Sind. War. Hatte ich die nicht schon? Ich habe so eine Schieber-Schnauze oder sowas, ne? Schieber-Schnauze, schwarze Hunde-Schnauze. Ey, das ist auch das Gleiche. Okay, hier sind wir also. Na gut. Nach und von da, da oben ist die Katze, ne? Vielleicht sehen wir sie nochmal. Ne, okay. Aber sie ist auf der Karte. So, dann würde ich nochmal gerne nach Charlton gehen, weil... Hier soll das Buch von Rhone verkauft worden sein. Was meistert überhaupt noch hier angezeigt, weil sonst... Die Geschichte von Aujo, da können wir auch mal gucken. Minas Anhänger. Klar, sagen wir mal, die, die aus dem Schatten agieren, rosa und niedlich. Gedichte und Wörterbücher unserer Inhalten von Buchhänden, long-dow-Werkers. Okay, mal gucken, in Charlton soll jemand das Buch. Ach ja, ich habe noch nicht, ich habe es noch nicht ausgebildet, aber ich glaube, hier kann man... Als ich hier irgendwie so glänzende Dinger... Hier war normalerweise so glänzendes Dingen... Dann habe ich irgendwann aus gesehen, mit dieser Person hier gesprochen und es stellt sich heraus, dass ich irgendwas kaufen kann. Ich weiß mal nicht was, aber... Keine Ahnung, jetzt fühle ich ein Stück bitte. Ein Eis am Stil, wow. Vielen Dank, komm, bitte wieder. So, wie ich tragen kann. Alles klar. Ja, ey, wir haben Eis am Stil. Schön. Ja, geil. Mehr Salz, Eis. So, und wir haben... Boah, wir haben uns hier nur noch neun Stück. Mann. Ja, und jetzt glaube ich jetzt schon der dritte Part, in dem nichts passiert, in dieser Aufnahmesession. Wunderbar. Alles läuft nach Plan. Und ich habe so das Gefühl... Wie heißt der Nummer? Dressel hat vielleicht das Buch von Ron gekauft. Deswegen fragen wir hier mal nach. Aber ich kaufe mir noch vorher. Nein, ich möchte nicht über Nacht. Und ich möchte hier was zu essen kaufen. Ich habe Hunger. Es war hier wieder so geil zu zeig. Ach, ich habe noch davon was. Hey. Nein, das ist zu blöd. Fünf Stück nur. So. Krieger so ein Brobel. Geil. So. Einfach so. Ja, dann gehen wir mal nach... zu Drissel. Nach von und zu Drissel. Und in drei Parts, ja... War... Ein Kampagnen war... Oder zwei. Super. Die Action kommt bei mir nicht so kurz. Weil ich war sowieso nicht lange machen. So. Ich habe wahrscheinlich danach wieder Offscreen hier. Materialien sammeln und so. Aber naja. So, Drissel, hast du Rohns Buch aus seiner Kindheit gekauft? Ich werde stärker werden. Sehr stark sein Bruder. Mich wurde ja okay. Ja, okay. Nö. Okay, dann nicht. Dann... Warum denn auch? Ich habe gut. So, dann haben wir wohl keine andere Wahl, als mit der Story weiterzumachen. Dann los. Ne, halt. Wo ist Carla? Ich glaube, hoffentlich können wir immer noch was mit ihr hier besprechen. Weil in den letzten Folgen sind ja direkt so 3, 4... Oder vielleicht kann ich ja ins Kolosseum mal gucken. Ich gucke mich mal hier oben. Äh. Na gut, aber selbst wenn hier nichts passiert, dann merkt ihr jetzt schon am Titel bergen. Der Titel dieses Videos wird heißen. Nichts passiert. Das ist besser, wenn ich hier irgendwie ein 45 Minuten Video hochladen, wo wirklich nichts passiert. Und man es nur noch nicht weiß, weil da zwischendurch was wichtiges passiert. Man muss ja durch das ganze Video durchscrollen und zu den interessanten Sachen rüber springen. Und hi, du hast irgendwie ein Ausrufezeichen über dir. Ich muss euch auch mal einen Gefallen bitten. Mein Tier könnte mir dabei helfen, eine mysteriöse Perle zu beschaffen. Ich habe glaube ich schon 10 Stück. Ich benötige sie für die Herstellung als geheimen Kital-Klein-Medikament. Und ich benötige sie möglichst bald. Also behalt euch bitte. Okay. Digging. Zack. Genau das ist die mysteriöse Perle, die ich benötige. Jetzt kann ich das Medikament herstellen. Was für ein Medikament ist das? Wenn es ein geheimtes Kital-Klein ist, haltet es wahrscheinlich eine Monster-Krankheit. Richtig? Eigentlich ist es genau Ungekenntnis, die dazu einen Monster sofort zu töten. Ist das ein Gift? Ihr habt gesagt, es sei ein Medikament. Warum soll ich dir so etwas tun? Nicht, weil wir es wollen. Aber nicht einmal von Kital könnten jedes Monster heilen. Es erinnert mich irgendwie an etwas, das ich mal gelesen habe. Wenn sich ein Wege an einen Flügel bricht, wird er nie wieder fliegen und Schmerzen leiden, bis er stirbt. In diesem Fall könnten wir ihm nur etwas geben, das sein Leben möglichst schmerzfrei beendet. Ich denke, das ergibt Sinn. Tut mir leid, dass ich euch die Stimmung verdorben habe. Aber danke euch für das Monster nicht mehr lange, jeden Tag an Schmerzen leiden und sofort sterben. Yay! Und wir müssen nicht dabei zusehen, wie es sich vor Schmerzen bindet. Yay! Okay. Objektsphäre... Äh, brauche ich doch nicht, man. Ist auch von Lönig, man macht ein Kind hier im Kolosseum eine Fahrt, das Turnier geworden. Seht ihr Mädchen geben, also wirklich tolle Kriegerinnen ab. Wann? Äh, das... Also, Mida oder was? Hey, da bist du ja, Carla. Laut der Ereignisliste müsste der letzte Gespräch sein. Wir machen ja ein Angebot, das du nicht absehen kannst. Sieht echt aus wie eine Mafiohose gehen. Äh, okay. Das ist das, was ich wollte. Also, wenn Gaius gesagt hat, der Langdao-Chief über den Tsunami kommenden Tsunami, mein Betrothter sagte dem Tsunami, dass Gaius aus seinem Geist war. Und er sagte, dass ein Geist nicht notwendig sein wäre. Und Gaius nach ihm nach dem Tsunami? Die wenige Leute, die über die Tsunami überwamen, sagten, dass mein Betrothter immer noch alive, nach dem Tsunami passen. Und dass Gaius mit ihm war. Ich kann es nicht glauben. All ich weiß sicher, ist, dass er niemals zurückgekommen ist. Sie haben niemals sogar seinen Körper gefunden. Ich weiß nicht sicher, ob Gaius machte etwas zu ihm. Und wenn ich den König über den Tsunami fragte, er nicht zu antworten. Nach dem Krieg, mein Vater stirbt von einer Krankheit. Und ich habe nie gesehen, dass ich meinen Bruder Ersten wiederholt habe. Ich bin allein seitdem. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verholt habe. Ich weiß nicht, Alvin. Ich weiß, dass dein Geist für King Gaius ist der einzige einzige zu halten. Ich weiß nicht, dass du dich vorst. Ich bin genau das. Ich bin sorry. Jetzt ist es Zeit für mich zu leave Schaundu für ein paar Mal. Wo bist du denn? Ich bin in Azur. Ich sehe dich all around. ok na gut da kann ich jetzt hier kursion gemacht nur weil schmerz das spiel und das blut die währung ist okay hier kann ich euch helfen für einen kampf bewerten der regel lesen die regeln lesen natürlich aufgepasst wir haben hier einen anfänger ok wie die figur aus mit denen in kampf ziehen und die feine besiegen willst du auf den schlachtwein erscheinen du kannst gegen normalen besiegen oder sie aus dem ring werfen was passt nur auf dass du nicht selber hinaus wenn du alle gegner besiegt seltsam preise verlässt du hingegen bekommst du nichts wir halten dich aber denkt dran kann uns beim kämpfen nur die objekte für ihn dir vor zur verfügung stellen und jetzt macht das startgeld locker und stell dich der herausforderung nein na gut im wunderbar jungs wir haben einen anfänger einzeln kommen natürlich sicher dass ihr bereit seid wenn ihr den sterblichen welt noch etwas zu erledigen habt könnt ihr das betreten des rings bereuen ich dachte ich werde geheilt hallo ok apfelgummi war ganz schön viel bei euch sowieso nicht habe heiler na gut ich habe da nicht rausfliegen na gut da kommt er ich dachte wir ein einzelkampf will ist er klar aber wie stark seid ihr wenn 28 jahr geht ja noch oh mein gott du zauberst irgendwas da bin ich rausfliegen da einer gelacht oh mein gott da kommen wir immer mehr in tales of grace ist hilfe aua 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 da kann ja was werden allein sich rausfliegen oder kommt direkt der nächste wann geht weg ich muss ich erst mal danke vor erst mal läuft er überhaupt nicht gut nein er will schon wieder zaubern sonst oder angepasst aber auch echt ich hätte vielleicht noch nicht hierhin kommen sollen man die gegner die halten aber auch für aus erst mal du ja du gehst mit deiner magie auf ja und objekte könnte auch noch benutzen jetzt hier nicht das testament geschrieben ist bevor ich wieder anmelden in ordnung was soll denn na gut bin ich geilt dankeschön ja dann würde ich sagen das war's dann für heute von let's play tales of xia ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns dann im nächsten part tschüss